Und The Hunter mit dem Spanner Inferno und wir machen wieder dieselbe Challenge Allerdings, ne es gibt kein Allerdings oder? Gibt es ein Allerdings? Ne neue Map. Neue Map, genau. Das ist jetzt hier in Dingens hier, ne nicht Korea, nicht Korsika. Korea. Kasachstan. Ne mit K Junge. Kanada, danke. Das ist hier in Kanada. Man ist das schön hier. Okay, machen wir Go? Ja, geht los. Ich bin schon weggereist. Wow. Schön Headstart. Alter, Sola, bitte. Halt jetzt einfach deinen scheiß Maul und hör auf Tiere zu jagen. Ne, ne, ne. Der jagt ja nicht. Aber in Kanada gibt es noch Bären, ne? Leute, ich will es nicht sagen, aber ich sehe das erste Ziel. Ist das dein scheiß Ernst? Er schießt schon, er schießt schon. Ist das dein scheiß Ernst? Ist mit diesem Junge falsch gelaufen. War der so Lack? Von wo? Aller vier Runden seien aneinander Lack. Aber das ist halt echt Lack gewesen gerade. Ja, nein. Halt Skill. Überhaupt nicht, Ola. Das war Skill. Ja, das hier gerade hat Skill. Allein, dass du da nicht triffst, ey. Ja, passiert. Jedes Tier, was ich sehe, stirbt. Ja, ja, weil du so hässlich bist. Glaub ich dir nicht. Weil ich was? Weil du so hässlich bist. Alter. Ja, die gucken mich so an. Wie bei so einer Medusa. Aha. Hat auch noch schön geschissen vor Angst. Aha. Sehr frisch. So, ich geh jetzt in ein Gebiet, wo lilane Flecken sind. Aber ich weiß nicht. Oh, lol. Ja, das war nur die Warnung an die anderen Tiere. Brumpfschrei Elch. Leute. Alter Elch? Oh, ich hab's. Ernsthaft? Ah ne, ist ein Stück Stein. Was ist das? Da sehe ich sie laufen. Komm her. Ich hab nen Kojoten. Hast du den erledigt? Ne, noch nicht. Also ich hab hier ne Elchkuh oder wie das Ding heißt. Weiblich halt. Eieiei. Der schießt sich jetzt schön ins Herz. Was? Siehst du sie? Ja, ja. Oh, komm näher. Oh mein Gott. Das ist mir wieder direkt in die Fresse gelaufen. Ich hab wieder Damage gekriegt. Am Ende sterbe ich wieder 1v1 hier. Alter, als ob du die ganze Zeit von den Tieren getötet wärst. Ja, die laufen mir einfach straight up ins Gesicht. No joke. Was ist mit dir? Was soll ich denn machen? Ich bin halt lecker. Warte mal. Gibt's hier auch Beeren? Ich fick es. Ja. Das ist doch die Map. Oh, es blutet. Ich muss nur jagen. Haha, dich snacke ich mir noch weg. Ey, ist das das Vieh? Alter. Wo bist du? Ach, was mach ich denn hier? Das ist doch kein vernünftiger Beginn. Hallo? Ich hab hier nur Blödsinn gebaut. Eben konnte ich mir nichts vorwerfen, aber das jetzt hier. Was hast du gemacht? Ach. Nix Gutes, Captain. Nix. Bist du gerannt? Ja. Oh, es kommt zurück. Ganz schlecht hab ich gehört. Alter, jetzt ist es dran. Hä, es ist im Kreis gelaufen. Es trollt mich. Gerade eben. Es hat hingeschissen. Du hast gejukt. Das juckt mich übel hart mit ihrer Scheiße. Ich bin impressed. Alter, es kommt aus zwei Richtungen. Es kommt aus zwei Richtungen. Ja, wo bist du denn hin? Gib es doch gar nicht. Noch mehr Scheiße. Man sagt ja, wenn Menschen sterben, wahrscheinlich auch Tiere, dann scheißen die. Also ist meins kurz vorm Tod. Ja, oder vor Angst. Ja, beides gut. Vor Angst hab ich noch nie gesehen. Ach, da. Oh, es hat mich glaub ich gesehen. Oder? Mann, Mann, Mann. Weißwedelhirsch. Ja, der hatte ich auch eben hier. Aber der ist übel schnell weggesprintet, ey. Uff. 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 Der ist übel schnell weggesprintet. Uff. Oh, bei mir ist gut was. Alter, ich glaub. Ah. Ne. Da ist er doch nicht. Wo bist du denn? Als ob du hier nicht tot bist. Du bist die ganze Zeit am Scheißen und am Bluten. Hahahaha. Ich hab eins. Nur weil er blutiger Durchfall hat, heißt das nicht, dass er stirbt, ne? Wo bin ich denn hier? Ich hab noch eins gesehen. Kacke. Also buchstäblich. So leise bin ich wahrscheinlich nicht. Ah. Scheiße, Junge, ist hier was los, Alter. Drei Elche. Drei Elche. Elche? Fuck. Ja. Alter, der Vieh ist nur am rumscheißen. So laut ist uns leider komplett eingewillt. Ja, so viel kann man doch nicht scheißen. Ich erklärte mal der Junge, ey. Und dann hat er die ganze Zeit denselben Scheißhaufen und läuft im Kreis. Halswirbelmitte, Junge. Oh shit. Jungs, ich glaub ich bin ein, ich werd sterben hier. Du stirbst? Boah, das hab ich so gut runtergedasht. Warnruf? Eie. Ich bin im Wind. Alter, ein Bär! Lol. Echt? Ist das ein fucking Bär? Der ist mir egal. Der tötet dich. Ich wundere mich, wieso der die ganze Zeit Warnruf macht, obwohl ich mich nicht bewege und dann seh ich da so ein Bär wegrennen. Hä, Bäre machen gar keine Warnrufe. Ja, aber das Vieh, der Elch hat gemacht. Das heißt, der hatte Angst vor dem Bär. Achso. Hä, wo ist das denn hin? Alter, noch mehr Blut, Mann. Alter, Sola, ey. Jetzt... Oh Gott, siehst du... Der hat einfach keinen Skill und eben nur im Backviecher reingerannt. Ah, der Bär läuft da! Oh mein Gott, ich hab minimiert. Was ist hier los? Ah, der Bär... Ah, der hat sich aufgestellt. Boah, Alter. Kevin, da leben am Limit. Wie heißt nochmal dieser... Boah, das kommt mir wieder entgegen. Kevin, berichte! Alter, das ist Übel-Tanky! Berichte! Ach nein! Das ist Übel-Tanky. Stirb! Alter, Kevin! Der versteckt sich hinterm Baum, der Fettsack! Und denkt, ich seh ihn nicht! Wir mussten das Bericht erstatten. Denkt, ich seh ihn nicht. Alter, ich hör die Schüsse von Kevin. Auf 300 Meter Entfernung. Ja gut, meinen Regen kann ich mir erstmal abschminken. Danke, Kevin. Ich hab ihn! Ich hab einen Bären und ein Hirschchen. Und ein Hirschchen? Ja, ich hab beides. Oh, God bless! Beides? Nice! Kevin und Kutschen deckt die ganze Zeit in so die Öze, Cracks. Da kommt auch so laut Kevin vorbei und einfach die Welt an sich verändert. Oh! Als ob der jetzt einfach einen Bären getötet hat. Der sieht immer aus wie eine Leiche, aber ist nur ein Baum. Der kommt jetzt. Achtung. Als ob du einen Bären unten hörst getötet hast. 100 Kilo. Ach ja, I don't know. Wichtiges Vieh. Ich hab gewonnen. Danke, danke! Warte, warte, warte. Kevin, Kevin, Kevin. Ja, ich hab schon gewonnen. Mach nochmal neue, schnell! Einen schönen Schwarzbär. Mach mal schnell ne neue! Nein! Nö! Alter, ohne Witz! Ich hab gerade in mein zweites Vieh drei Kugeln reingebombt. Nein! Wir warten jetzt noch so zwei Minütchen, bis der Cooldown ist. Töte den da jetzt gut, Javier. Du wartest jetzt. Ich hab schon getötet. Hast du nicht. Wie bis Cooldown ist. Bis Cooldown ist? Warte, bevor man bewegt sich was, was ist das? Ich geh jetzt in die Bärenregion. Alter, hier ist ein... Was ist mit dem... Oh mein Gott, wie süß! Gibt's doch so spezifische Regionen. Das ist stuck! Da unten war ein Bär, krass. Hier ist Blut. Mann, hier ist Scheiße. Was hab ich hier gemacht? Was ist passiert mit meinem... Mit deinem? Ja, mit mein... Irgendwie... Keine Ahnung. Keine Ahnung, irgendwie. Ah... Okay. Ja gut, dann war... Wie viel... Wie lang war das jetzt? Wir sind jetzt grad mal acht Minuten dabei. Also da geht noch was. Ja, dann start' neu, Kevin. Okay. Mann, ich war nah dran. Ich war so nah dran. Ich war so weit weg. Ich brauch' ein besseres Gewehr. Ah... Ah... Alter, hier spritten... What the fuck? Alter. Hier spritten drei Leute an mir vorbei. Alter, Sola ohne Witz, was ist denn bei dir los? Okay, okay. Ich starte dann jetzt. Ich hab halt ein Gefühl dafür. Oder jetzt was zu... Na, warte noch, Kevin, bis Sola da weg ist von dich. Nee, die sind weg. Ja, ja, ja. Nee, ich hab sie wirklich verloren. Aber mach mal bitte dann einen Tag wieder, oder? Ist schon... Wie viel ist's denn? Ja, ist 18 Uhr 43. Ja, ich seh mich schon. Ach, da müssen wir halt ein bisschen unter Zeitdruck arbeiten, oder? Ja, dann go. Dann starte. Mann! Aber ihr müsst echt nicht so ein Punkt, muss ich sagen. Weil ich hab' mich gewundert, wieso der so viele Warnrufe gemacht hat. War das der Kacke, ey. Also der... Der Hirsch. Ich hab' hier grad achtmal auf so'n scheiß Hirsch und ein Reh gepackt und die sind nicht tot. Ey, das heißt, du hast jetzt gleich einfach zwei und das war's? Oh, ich hab' ein Schwarzbär. Noch'n Schwarzbär? Pfff... Mox ist komplett triggert, Alter. Noch'n Schwarzbär... Nee, ich bin nicht triggert, ich find's einfach nur krass. Ja, ich hab' jetzt auch eins. Was? Ey, aber ihr habt jetzt nicht gewartet, bis der startet. Das ist nicht Sinn der Sache, Leute. Nein, nein, ich hab's wirklich nicht. Ich hab's wirklich nicht. Ich bin einfach rumgelaufen, hatte die verloren und da ist ein neues rumgelaufen. Null Trophäenpunkte? Was hast'n du mit dem Vieh gemacht, Alter? Hast du's mit dem Hammer erlegt, Alter? Ey, start der einfach nach... Nee, start nochmal neu. Ja, ist okay. Du kannst doch nicht nach zehn Sekunden der... Es ist halt zufällig drüber gerannt. Was soll ich machen? Laufen lassen? Nee, nee, nee. Nee, du hast schon davor gesagt, die sind drei ins Maul gerannt. Ja, aber die sind weggerannt. Das war wirklich ein neues, aber ist okay. Und die Rehe. Ja, man muss eben mehr Geduld haben, als ich eben hatte, Jungs. Das Ding holen wir... In dem Game brauchst du nur Geduld. Das ist insane. Kann ich nicht beschädigen. Alter, Sola. Ich auch nicht. So ein undankbarer Wichser, ey. Wenn du wüsstest... Ich hab einfach Bären, Mann. Ja. Vor allem, Kevin, hast du jetzt gegen den richtig gekämpft? Hat der dich geboxt und so? Nee, nee, nee. Der hat sich so aufgestellt. Der war so knapp 50 Meter entfernt, schätze ich mal. 50 Meter hoch? Dann hat er sich so aufgestellt. Dann hab ich dem Headshot erst mal gegeben. Dann musste er erst mal nicht weiter. Dann hat er sich hinter den Baum versteckt. Dann hat er sich hinter den Baum versteckt. Dann würde ich auch machen als Bär. Dann hinter den Baum verstecken am Headshot. Aber Kevin muss echt mal hell machen jetzt wieder. Wieso? Weil es gleich dunkle ist. Ja und? Ja, ich bin nachtsackt schon ein bisschen. Bist du blind? Ach du Scheiße. Elch. Gönn dir. Alter, hier läuft genau was vor mich auf mich zu. Ich seh's nicht. Hey Leute, was ist denn los bei euch? Was ist das? Es ist so laut. Du selber? Nee. Ich seh den Elch, Alter. Mach ihn. Oh, hier ist Kacke. Ich hab hier keine Spuren, keinen Ruf. Ei, ei, ei. Wo bin ich denn gelandet? Der Wegatzt, Mann. Da komm ich doch nicht hinterher. Der Wegatzt. Dann läuft noch ein Bär. Alter, was? Ich geh auf die Jagen. Ich hab jetzt eins wieder. Das ist das Bärengebiet. Ich bin halt so an so nem See. Was ist das denn hier? Dahin läuft noch ein Bär, sagt er. Ich geh hinterher. Sola, komm entgegen. Ja. Der läuft dir entgegen, tatsächlich. Alter, was ist denn da los, ey. Und meine Folge 15 Minuten. Johnny ist richtig am Ende. Richtig schön. Einfach nur durchs Heufeld hier. Ich komm dir entgegen, Kevin. Also, Johnny's Folge wird geklickt, Junge. Alter. Wo ist er hin? Oh mein Gott, ich hab richtig Angst, dass er mir jetzt auflauert. Guck, Johnny's Folge. Dass er mir auflauert, Alter. Ey, ist das hier ne Kackstelle. Ich geh woanders hin. Ey, der war voll groß, der Bär. Ich seh nix, Kevin. Du bist dran. Dein erster Bär, weißt du noch welches Level der war? Der war Level 3. Oh, okay. Not bad. Der war Level 3 normal. Dass wir einfach in unserer ersten Folge Level 8er mythischen Wichser gejagt haben. Ist ja auch übelst lustig eigentlich. Es hat einer drunter geschrieben, dass er irgendwie 300 Stunden in dem Spiel hat und noch nie so einen gefunden hat. LoL. 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 300 Stunden. Jo, er meinte so, LoL, ich hab 300 Stunden in dem Game und noch nie einen Rotor Stufe 3, äh, Stufe 8 gefunden. Ihr wollt mich doch verarschen. Bei uns aber in der ersten Session, Alter. Ah, irgendwie, ich hab die Fährte verloren. Wirklich? Ein Warnruf? Ich bin 10 Jahre im fucking Heufeld. Im Wind. Go on. Ach stimmt, ich glaub auch die ganze Zeit im Wind, Alter. Ich bin richtig dumm. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Hier ist ne Spur. Hier ist Bär, tatsächlich. Bär. Bärspur. Oh, wo ist er hin? Hier ist Bär. Der war trabend. Ich, ich zurück nach Polen. Was ist da lang? Da gibt's auch gute Bäre. Mit meinen guten Freunden. Aber pennen die nicht nachts dann eigentlich? Die jagen nachts. Bären? Ne, ne, Tiere schlafen tagsüber. Ja. Ja, ja. Okay, da hoch gehen wir, Jungs. Da holen wir uns jetzt die Punkte ab. Johnny, gib doch endlich auf. Nee, 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 nee. Das hat zu Beginn, das hat so gut begonnen, aber jetzt. Hast du schon einen erlegt? Nee. Zu Beginn hat's gut begonnen. Die Runde hab ich doch keinen gesehen. Die Map ist mir ja noch nicht so treu. Ich mein generell. Ja, ja, generell schon. Also so ein Elch hat schon geilen Schrei, ey. Hat schon geilen Schrei. Kann man schwimmen? Nein. Probier mal. Doch, kann man. Ja oder nein. Ja. Ja. Loll, der läuft. Ich laufe. Ja, nein, schwimmer. Hä? Voll weird. Wenn man sollte nicht Taschenlampen haben, sondern so nachtsig Geräte haben. Jo. Ja mit Kameras. Was? Roosevelt Wapiti. Oh genau im Wind. Scheiße. Mann, das Vieh hat sich jetzt auch wieder bis nach... Das habe ich noch nie gesehen. So ein Roosevelt Wapiti. Gesundheit. Ja. Aber ich kann... Was ist hier los? Er schwimmt. Gucki, 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 gucki. Okay, das Ding ist schon ein bisschen verwackt mit dem Wasser, weil der läuft einfach im Wasser und jetzt komme ich nicht mehr raus und rein. Hm. Man kann nicht schwimmen, das war ein Witz. Ein bisschen konnte ich schon reinschwimmen irgendwie, aber... Ja, du kannst noch ein bisschen reingehen. Äh... Was bedeutet, die da nochmal auf der Karte? Äh, da wurde gejagt und da meiden die Tiere das Gebiet. Okay. Ich meine, das ist ähm... Doppelte Luchance. Der ist wieder eine Herde hier. Alter Kutscher, nein, Mann. Aber die ist super weit weg und ich sehe die kaum, Alter. Es kommt wieder eine Herde. Hast gewonnen? Ne, ich meine so... Hast du gewonnen? Voll weit weg Ups kam. Ja, gegen den Bären kann man fragen, ob man gewonnen hat. Oder gegen Wildschweine. Wo kann ich meine Fertigkeitspunkte aufgeben? Ich hab grad so'n Pop-up gekriegt. Drück doch mal Escape. Oder... Diese unselbstständigen Leute. Ja, ich hasse sowas so hart, ey. Uhrenfinder. So. Uhrenfinder? Uhrenfinder, skill das. Ich wollte jetzt nicht sagen. Hurentinder. Das wäre doch mal was Gutes. Ist das nicht schon ein normales Tinder? Ja, was ist das hier? Das sehe ich hier. Oh, okay. Das habe ich recht, Johnny. Irgendwann muss ich heute recht haben. Schön Code von einem Bär. Sehr alt. Code Jote. Wie Fertigkeitspunkte habe ich, ne? Sehr alt. So wie deine Pro-Karriere. War ein bisschen toxic gewesen, muss ich sagen. Ach. Weißt du. Hier, nochmal Code. Da dachte ich seh was, da ist das ein Stamm. Gerade eben. Ein Bär. Frisch hingeschissen hat er. Wo ist er hin? Ein Bär. Aber ich habe ein Tier beim Scheißen gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wie ein Bär beim Scheißen. Besser ist es wahrscheinlich. Eigentlich einfach mal eine Bucketlist. Alter, der greift mich hier gleich aus der Dunkelheit an. Ich seh das. Oh Mann, ist das echt? Kevin, der hat mehr Angst vor dir. Der hat kein Scheiß-Gewehr, was One-Shotten kann. Der hat ne Kralle, die One-Shotten kann. Jo. Alter, hast du mal hier Revenant gesehen, Alter? Machst du nichts mit dem Gewehr? Jo, da lacht der Bär drüber. Schwarzbär, trabend. Das könne ich mir. Der Coyote bums mich doch locker auch kaputt. Wo ist der Scheiß-Hirsch, Alter? Oh, interessant. Mann, dieser Scheiß-Hirsch. Ich verfolge deine Hand von der Folge. Fucking Wichser. Okay, ein Bär ist der schreckhaft? Nö, ne? Nö, nö. Überhaupt nicht, nö. Der ist richtig gesellig. Jo. Wenn du die Hand ausstreckst, kannst du dich auch streicheln. Der ist da lang. Shit. Ich bitte, wir treffen uns irgendwann, Kevin. Ich habe jetzt auch die Bärenjagd eröffnet. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh. Der hat hier hin gekackt. Aber wo ist er hin? Oh Mann, ey. Alter, der ist nach dem Kacken verschwunden. Der gibt keinen Spur mehr nach dem Kacken. Wie auch immer so. Der fliegt. So leicht ist er geworden. Der hat kein Smartphone. Noch ein Bär. Warte mal. Der ist noch eine andere Spur. Halt ihn bitte kurz die Fresse. Lebt deinen Traum und der wird wahr. Alter, das war wunderschön. Der ist doch hier bestimmt irgendwo am Sieb. Oh. Oh. Nein. Was ist das hier, Alter? Ist das ein Schmetterling? Ah, ne. Der ist dünnsches. Wenn mich das frisch nicht gleich finde, Alter. Ich raste aus. Frisch, Leute. Wo sind sie? So, Kevin. Auf 800 Meter bis zu dir? Warte mal. In die Richtung? Da komme ich doch her. Oh mein Gott, Alter. Das ist wieder so wie beim letzten Mal, ey. 10.000 Warnrufe. Boah, der ist nicht wiegen mir. Ja, ein Teil sind da bei dir angebracht. Hä, was passiert denn da? Weil ich sehe die doch immer nur von hinten. Wie soll man die am besten von hinten abschießen? In den Hals. In den Hals. Hinterkopf. Hinterkopf. Ich sehe nur ihren scheiß Arsch. Hinterkopf. Dessen die gerade dann, oder was? Ja. Dann musst du halt warten. Ey, der kann das nicht überleben. Dann können wir ein Stiegermeister werden. Ich habe den mit einer Schrot. Hier ist einfach ein toter Hase. Also, ich glaube, der Bär ist auf Krawall aus. Oder kann ich den Hasen töten? Bringt das was? Der pennt. Das ist dein Punkt dafür. Der pennt. Ich glaube, der pennt. Hä, wirklich? Entweder ist er tot, oder der pennt. Du bist bestimmt auch einer, der im WoW dann immer die Hasen getötet hat. Die immer nur friedlich umherstoppeln. Jo. Und bei Zelda die Hühnchen. Der kann das nicht überleben. Ja, die wehren sich wenigstens. Dann scheiß auf das Geweih. Wird nicht gesehen, Alter. Bitte. Leute, wenn ihr meinen, den Sound hier hören könntet. Als wäre hier ein Krieg, Allah, zwischen zwei Bären. Alter. Komm jetzt zu dir, Alter. Bisschen zwei Bären. Alter, vor allem bin ich schon die ganze Zeit den Bären am Chasen. Aber der Dude ist mindestens genauso schnell wie ich. Oh, hier. Schwarzbär. Hat da einfach jeder mit den Bären? Hat jemand schon ein Tier? Nee. Noch niemand hat eins, ne? Ich hab eins. Ich hab mich verfolgt die ganze Zeit ein blutendes Viech. Ja! Das erste oder das zweite? Warte, ich muss einfach gucken, ob ich's finde. Hä? Ich dachte, das ist tot, oder? Der erste oder der zweite, Kutsche? Der erste win. Okay. Ist das erste oder der zweite? Warte, ich muss gucken. Hey, yo. Lass mal auf den Tacho. Ich hab eins. Yes! Second win in a row. Coyote war das? Danke, 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 danke. Oh, Mann. Für meine Runde war diesmal nicht so speziell. Ich hab immer noch nix gesehen, aber ich chase schon. Und die zweiten hab ich auch noch getiltet danach. Ah, ärgerlich. Und hier ist der Bär gelaufen. Mh, Bärenkacke. Ja, ich hab hier auch Bärenkacke von gerade hier. Einen Bär suche ich schon seit Jahren. Ja, Bären, da müsst ihr richtig gut für sein. Da müsst ihr wissen, wie's geht. Da bringt euch Lack gar nix. Außer Kevin. Außer Kevin. Okay, dann war das eine weitere Folge. Warte, wir haben noch Zeit für eine. Boah, hier ist ein weißes Wettbewerb. Da gibt noch eine. Ein weißes Wettbewerb. Da geht noch eine. Das dauert zu lang sonst. Nee, wir sind 20 Minuten. Das schaffen wir doch. Alter, dann aber nicht bei Nacht. Alter, der Bär ist vor mir. Irgendwo hier. Na gut, okay. Dann machen wir hier Schluss. Und ich chase den Bären noch privat weiter. Ja, mach das. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, Jungs. Dann verlasse ich mal den TS. War mir ein Fest mit euch. Macht euch gut. Kevin. So. Aber den Bären, den schnappe ich mir noch. Der ist doch garantiert hier am Wasser. Ja, da muss er sein. Da vorne ist er. Ich spüre es. Ja, tut mir leid. Hat die Folge vielleicht nicht so spannend war. Aber ich hole das jetzt wieder raus. Da vorne ist Kot. Eine Kriote verwendet er. Ist mir doch egal. Ich will den Bären. So. Bitte sag, du bist zum Wasser gegangen. Ja. Nicht so wirklich, ne? Vorne liegt Scheiße von ihm. Okay, okay. Wir ziehen da durch. Vorne geht es weiter. Ich höre mal ein bisschen die Schlagzeile. Das ist nicht so. Was? Ne. Kannst du mir jetzt nicht erzählen. Der geht wieder zurück? Da muss der doch an mir vorbeigelaufen sein. Ist das jetzt der Hilfe? Ne, 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 lass mich jetzt nicht verarschen. Der ist ja garantiert noch einmal ganz kurz umgedreht. Mal gucken, wie frisch die Scheiße ist. Der ist aber auch am Kerken. Aber wie groß. Sehr frisch. Bis jetzt war es immer noch frisch. Jetzt ist es sehr frisch. In welche Richtung ging es nochmal? Ne, jetzt kann er mich ja riechen. Scheiße. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Jetzt bin ich ein bisschen vom Glück abhängig, ne? Ah, das ist nicht gut jetzt. Ich glaube, der war hier in die Richtung unterwegs, ne? Vielleicht vertraue ich doch auf die Spuren, dass er wieder zurück ist. Aber eine andere Option habe ich ja nicht. Scheiße, scheiße. Wobei, da hinten ist doch was. Da geht doch noch mehr. Immer noch sehr frisch. Kioto mit einem Prunftschrei, vielleicht will ich mit meinem Bärenvögel. Ah, da wird es heiß, Jungs. Ich sehe ihn quasi schon vor mir. Ich sehe ihn nur nicht wirklich vor mir. Gehend. Und was sagt ihr? Was sind eure Spuren? Ja, wie? Oh Gott. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen überfragt, ne? Es sind ja jetzt zehn verschiedene Spuren. Mann, was mache ich denn jetzt? Wenn ich ein Bär wäre, was würde ich machen? Scheiße. Vielleicht hätte ich mir einfach die Koyote schnappen sollen. Das ist halt weiterhin nur ein Prunftschrei. Aber da hinten geht es ja noch weiter, ne? Okay. Okay, okay. Wir müssen einfach dranbleiben. Da hilft ja alles nichts. Das wäre echt doof, wenn er hier einmal im Kreis marschiert ist. Aber er ist halt am Gehen, ne? Und da vorne liegt schon wieder Kacke. Ich bin halt zur Zeit die ganze Zeit immer so im Halbtempo unterwegs. Ich weiß, ob das die glückste Idee ist. Bei 800 Meter bin ich bei Kevin und ich sehe es schon. Den Kevin, den habe ich doch frisch nur noch. Scheiße, ich habe Tempo verloren, weil ich die ganze Zeit am Wasser entlang bin. Sind Kev-Stiftler auch noch die Session verlassen? Die verlassen mich alle, oder? Muss nicht zu laut sein. Ich meine, außer mir und der Bär ist hier auch nichts, ne? Vielleicht trabt er, weil er mich gehört hat. Da vorne gleich erstmal wieder die Scheiße untersuchen. Aber hier nicht laut zu sein ist ja auch impossible, Alter. Ich meine, das ist halt ein Gebiet, da ist halt Matsch und Scheiße gleichzeitig. Aber hier habe ich ja eigentlich gute Möglichkeiten. kurz mal gucken. Frisch. Weil hier ist halt wieder so ein offenes Feld. Wenn ich ihn hier sehe, kann ich ihn da treffen. Dramatron. Bock. Ne, nicht ins nächste Kornfeld rein, bitte. Warte, die Koyote will es aber richtig mit mir treiben. Und was kann ich mir das hier nicht erklären? Mein Gott! Okay, wie lange bin ich jetzt schon in meiner privaten Session? 6 Minuten. Warte. Jetzt verlässt mich hier aber langsam die Geduld. Das kann doch nicht sein. Ist ja jetzt einfach wieder umgedreht. Vorher glaube ich jetzt die ganz große Kurve, weil... Ja, warte mal. Die Spuren hatte ich doch eben schon mal gesehen. Ja, was ist denn lang so? Da stelle ich mir Bären halt auch vor, ne? Oder habe ich hier die ganze Zeit zwei Bären? Vielleicht wird der Bär mir auch ein Bären aufbinden. Okay. Och, ne. Die Koyote ist mir doch jetzt völlig egal. Ich will mal ein Schwarzbär. Okay, ich muss jetzt hier das Tempo mal... Ne. Das ist die falsche Richtung, glaube ich. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, ich laufe jetzt doch bis zum nächsten Scheißhaufen. Ich glaube, ich bin tatsächlich einmal komplett wieder zurückgelaufen, weil ich dachte, er kam von da. Aber ich glaube, das hat er gar nicht. Ach, ach, du grüne Neune. Ja, dann habe ich den Schwarzbär halt jetzt völlig verloren, ne? Sobald ich da hinten einmal umgedreht bin. Aber die ist ja noch frisch. Ich meine, ich sprinte hier ja jetzt auch lang. Das ist nicht genau dieselbe Spur wie eben, ne? Oder? Okay. Noch eben bin ich auch durch dieses Unterholz. Das Ding ist halt, ich habe die ganze Zeit Schiss, dass ich auf einmal echt vor dem Bären stehe. Und halt so viel Krach gemacht habe oder so. Und mich dann halt für Tage ärgern werde. Die ist alt. Ja, warte mal. Nein, 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 nein. Warte mal. Nee, da muss doch noch andere, es muss doch noch andere geben. Nein. Nein. Ich habe es verbaut, Jungs. Aber ich schwöre euch. Scheiße. Okay. Wir sind wieder, wir haben doch wieder den Schwarzbären. Ist die Frage, ob das halt derselbe ist, ne? Warte, warte, in die Richtung. Nee. Dann glaube ich nicht mehr. Ich glaube, der ist hier weiter. Ich brauche halt einen Cothaufen. Ist hier ein Cothaufen. Jede zweite Spur zeigt den Verstrichungen. Vielleicht dreht er sich einfach nur sehr gerne sehr oft um. Ich meine, das kann ja sein, ne? Heilige Mutter Theresa, aber das Game ist halt so dermaßen geil, dass ich das jetzt hier noch zu Ende machen will. Bitte sei frisch. Ah! Okay. Das war's. Meine Damen und Herren. Sagt mir in den Kommentaren gerne mehr, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Sonst sage ich tschüss und bis bald. Euer Johnny.